Um langfristig im Beruf erfolgreich zu sein, sind Weiterbildungen wichtig. Meist wegen der rasanten technischen Entwicklung, aber auch wegen des Fachkräftemangels, werden Weiterbildungen immer wichtiger. Den Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Grunde fast keine Grenzen gesetzt. Sie sind sehr vielfältig. Sowohl zertifiziertes als auch im Selbststudium erlangtes Wissen hilft, um einen Job zu bekommen. Ihn zu halten bzw. die Karrierechancen zu verbessern. Auch beim Wiedereinstieg in den alten Beruf hilft eine Weiterbildung. Sehr oft werden Weiterbildungen von privaten Bildungsträgern angeboten. Aber es gibt auch staatlich finanzierte Angebote, welche Ihnen bei der Arbeitssuche helfen sollen. Bildung wird in unserer Gesellschaft hochgeschätzt und somit von jedem ein lebenslanges Lernen erwartet. Bei einem so großen Angebot für Weiterbildung ist es umso wichtiger, sich genau zu überlegen, in was man sich weiterbilden möchte und wo. Deshalb klären Sie vorab Ihre beruflichen Ziele für die nächsten Jahre. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Stärken und finden Sie sie heraus, was Ihnen noch fehlt, um die Anforderungen, die mit Ihrem Ziel verbunden sind, zu erfüllen. Jetzt müssen Sie Weiterbildungsangebote recherchieren. Was ist Ihnen wichtig? Dauer, Kosten und Umfang der Weiterbildung, räumliche Nähe, Größe der Gruppe, Trainer und so weiter. Wenn Ihr Arbeitgeber zahlt, können Sie ihm einen konkreten Vorschlag machen. Erklären Sie ihm, warum diese Weiterbildung gut für Sie als auch für das Unternehmen ist. Nach der Weiterbildung sollten Sie einen Nutzencheck machen. Qualifiziert Sie das neue Wissen für eine andere Position? War die Weiterbildung auch für Ihre persönliche Entwicklung hilfreich? Können Sie Ihren Job jetzt besser machen? Seien Sie ehrlich zu sich selbst, um zielgerichtet an Ihrer Entwicklung arbeiten zu können. Können Sie sich diemile Jim mit薪 Vielen Dank.